Wir grüßen zur heutigen Pressekonferenz dieses ansiedeligen Reiter-Abendspiels des 8. Spieltausgeschnitten für VfV 63 Luggenwalde und Kater BSC U23. Beide Trainer haben neben mir Platz genommen. Schauen wir mal, wie Sie die Spiele gesehen haben. Erstmal Glückwunsch an die Gäste. Zu einem sicherlich glücklichen, aber vielleicht auch nicht ganz unverdienten Sieg. Für uns war es dann die erste Niederladung. Aber ich will euch nicht vorgreifen. Ihr habt das Wort. Anden möchtest du nicht so sehr sein. Ja, als erstes guten Abend. Ich glaube, dass wir alle Sachen hier ein sehr, sehr spannendes Spiel gesehen haben. Und das ist der Grund, warum wir so gerne ins Stadion gehen. Ich habe es mir dann die letzten fünf Minuten mehr Ruhe gewünscht. Aber so wie es eine junge, wunderbarer Gemeinschaft ist und muss man auch ehrlicherweise gestehen, weil ein Druck für das Gegenast, der vorhanden war, dass hier das Tor 3-2 Gott sei Dank nicht so früh, sondern relativ spät, wo wir die letzten fünf Minuten zu überleben hatten. Und das haben wir gemacht. Zum Spiel insgesamt, glaube ich, wenn du zum Tabellführer kommst und du dir die Spielverfügung beide ansiehst, weißt du, warum die Tabellführer sind. Das ist kein Zufall, sondern muss man ehrlicherweise sagen, Kompliment habe ich an seine Truppe. So eine strukturierende Mannschaft mit klarem Plan, unfassbar gute Restverteidigung, schlucken, selten, Konter, sehr gefährlich, sehr effektiv, vorne. Und wir waren, ja, wir hatten sehr viel Respekt vom Gegner. Ich glaube, das konnten wir auch am Anfang das Spiel sehen und hatten Glück am Anfangsstadion, dass wir nicht 1-0 hinten liegen mit dem Postenschuss, wo wir selber den Fehler produzieren und der Gegner in den Füßen den Ball spielen. Dann machen wir ein gut rausgespieltes 1-0, finde ich, über den Flügel quergelegt 1-0 für uns und dann hoffst du, dass du ein bisschen mehr Ruhe bekommst, aber unfassbar schönes Tor. Zu meinem Teil, das muss man ja beim Leidlos anerkennen. Und dann passiert etwas, was uns in den ersten Spielen gar nicht passiert ist, dass wir zwingend im letzten Drittel werden, dass wir die Chance, ein Tor schließen zu haben, dass wir auch so schießen und dadurch entsteht es auch, für mich auch sehenswert, das 2-1 für uns. Machen wir das 3-1 nach dem Standard, was nicht gewöhnlich für uns ist und dann denkst du, okay, jetzt wirst du ein bisschen mehr Ruhe bekommen, aber das zeichnet du beide aus, indem die immer gute Struktur vorhanden haben, wenig Ruhe mir die anbieten und zum Schluss muss man sagen, klar, glücklicher Sieg aufgrund der letzten 5 oder 10 Minuten, aber ich bin sehr glücklich, hier heute mit meiner Truppe gewonnen zu haben. Ich wünsche natürlich euch alles Gute, dass ihr in erster Linie gesund bleibt und dass ihr nach wie vor so eine tolle Kommisse habt wie ihr, weil ich finde, das ist etwas, was Fußball auszeichnet. Danke für dein Wort, danke. Ich habe mich an den Gehlob und dem Gegenüber. Du wärst vielleicht lieber gewesen, wenn du nicht so viel Gehlob essen wirst und dafür gewonnen bist, aber ich denke mal, wir können damit umgehen. Deine Worte. Ja, der erste Lippon-Pante und Hertha, dass ihr hier gewonnen habt, im Endeffekt habt ihr ein Tor neu gemacht und deswegen habt ihr hier verdient gewonnen. Ich habe es gerade schon zur Mannschaft gesagt, die sitzt natürlich unten mit hängenden Köpfen, die können stolz auf sich sein. Bei dem Rahmen, die wir hier haben in Rückenwelle, war mir, in meinen Augen, nicht die schlechtere Mannschaft heute Abend. Außer den Strafräumen waren wir nicht so effektiv wie Hertha. Wir müssen hier eigentlich so in der Führung gehen. Der wird die ganze Geschichte wahrscheinlich anders. Weiß man nicht. Aber, wie gesagt, ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, weil hier am hinten 90 Minuten Mann gegen Mann gespielt, wenn das jemand nicht gesehen hat, um vorne ein bisschen Druck aufzubekommen. Das hält er sich natürlich auch mal aus. Das ist klar. Für uns bricht jetzt keine Welt zusammen. Wir versuchen am Dienstag, Weichsenien zu gewinnen. Und dann geht es auch wieder weiter. Danke. Danke. Herr Michael, auch. Schönen Dank. Und ich denke mal, wir können die beiden Mannschaften konkurrieren machen. Wir haben hier spielerstoffen. Tolle Auseinandersätze zwischen zwei spielerstarken Mannschaften gesehen. Und das sind wir am besten mit dem Wochenende. Dafür wünsche ich euch alles Gute. Tschüss. Danke. Alles Gute. Danke sehr. Danke.